Hallo und herzlich willkommen bei Loreline.de. Mein Name ist Eklis. Wir machen den Erfolg Zeremonienmeister. Fünf Erfolgspunkte gibt's. Wenn hier oben NPCs rumstehen, dann ist die Eröffnungszeremonie der beiden hier. Und ihr müsst denen hier einfach zuhören in Kiel und Avon Schlitzklinge. Trotz scheinbar endloser Konflikte unverändert standhält. In diesem Sinne erkläre ich dieses Fest, der vier Winde im Namen des Kapitänsrats für eröffnet. So, und jetzt kommt eine Cutscene. Und alle NPCs sind weg. Und ihr habt den Erfolg abgeschlossen. Ihr kriegt dafür keine Rückmeldung oder so. Also hier unten ploppt nichts auf. Sobald der Bildschirm schwarz geworden ist. Und ihr den Dialog angehört habt, war's das. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin und tschüss.